Roger Barth ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Musical-Darsteller. Im Laufe seiner Karriere gewann er den Tony Award, den Drama Desk Award und den Screen Acta Skilled Award. Leben Roger Barth wurde am 29. September 1962 in Norwalk im Bundesstaat Connecticut in den Vereinigten Staaten geboren. Er ist Neffe des Schriftstellers und Produzenten Peter Barth und Cousin des Kostümbildners Colby P. Barth. 1985 studierte er an der Rutgers University und machte im selben Jahr seinen Bachelor of Fine Arts. 1986 wurde seine erste Tochter Ali Kendall, welche ebenfalls als Schauspielerin tätig ist und 2001 sein zweites Kind Ella Barth geboren. Arbeit Seine Karriere als Musical-Darsteller begann er 1987 mit dem Stück Big River. Danach folgte 1989 abegänzt It und im Jahr 1991 Heinrich Der Der Vierte, Teil I und Teil II. 1994 machte er seinen ersten Schritt im Filmgeschäft und hatte einen Gastauftritt in der Serie The George Carlin Show. Danach übernahm er 1997 die Synchronisation des Gesanges des jungen Herkules in der Disney-Produktion Herkules. Es folgte eine kleine Rolle in Michael Manns Insider 1999. Im selben Jahr wurde er auch mit dem wichtigsten Theater- und Musicalpreis der USA dem Tony Award für seine Darstellung in Jura Gutmann Charlie. Braun ausgezeichnet für seine Darbietung erhielt er außerdem den Drama Desk Award. Ein Jahr darauf hatte er Gastauftritte in den Serien Low and Order und Low and Order, New York. 2001 übernahm er die Rolle des Gesangs von Sträuch in Susie und Sträuch 2, kleine Sträuche, großes Abenteuer, und wurde noch einmal für den Tony Award für seine Leistung in Mel Brooks All the Producers nominiert. Danach spielte er in Die Frauen von Stepford, der Filmversion von The Producers und Das verschwundene Zimmer. 2007 spielte er eine der Hauptrollen in Eli Roths Horrorfilm Hostel 2 und übernahm die Rolle des Frankenstein in Mel Brooks Musical Youth, Frankenstein. Im selben Jahr war er in American Gangster zu sehen. 2008 übernahm er eine Rolle in Harold und Kumar 2, Flucht aus Guantanamo und 2009 im Gesetz der Rache. Seit einiger Zeit ist Roger Bart vor allem in Fernsehserien zu sehen, so zum Beispiel in CSI, Miami, Human Target, Medium, Nichts bleibt verborgen, CSI, den Tätern auf der Spur und Grimm. Im selben Jahr spielte er in Excision einen Familienvater. Bis 2012 hatte er auch seit 2005 an Desperate Housewives mitgewirkt. 2013 spielte er in dem Film Last Vegas eine Nebenrolle. Auszeichnungen Als Musical-Darsteller Tony Award als bester Darsteller in Jura Gutmann Charlie Braun Dramadeske Award als bester Darsteller in Jura Gutmann Charlie Braun Nominierung für den Tony Award als bester Darsteller in The Producers Nominierung für den Drama Deske Award als bester Darsteller in The Producers Als Filmschauspieler Screen Actors gilt Award als bestes Ensemble in einer Comedy-Serie für Desperate Housewives Nominierung für den DVD-Exclusive Award in der Kategorie Bester Original-Send für Susi und Sträuch 2 Kleine Sträuche, Großes Abenteuer Filmografie 1994 The George Carlin Show 1997 1997 Hecullis 1999 Insider 2000 Low & Order 2000 Low & Order New York 2001 Susi und Sträuch 2 Kleine Sträuche, Großes Abenteuer 2002 Bram & Alice 2004 Die Frauen von Stepford 2005 Out of Practice Dr. Single Sucht 2005 The Producers 2005-2012 Desperate Housewives 2006 I Want Someone To Eat She's With 2006 Das Verschwundene Zimmer 2006 My Ex Life 2007 Hostel 2 2007 American Gangster 2008 Spy School 2008 Harold & Kuma 2 Flucht aus Guantanamo 2008 The Midnight Meet Drang 2009 30 Rock 2009 Gesetz der Rache 2010 CSI Miami 2010 Human Target 2011 Medium Nichts Bleibt Verborgen 2011 Traffic Light 2011 The Event 2011 The Life and Times of Tim 2012 Exition 2012 CSI Den Tätern auf der Spur 2012 Hot in Cleveland 2012 Freaky Dicky 2012 Grimm 2012 Political Animals 2012 Low & Order New York 2012 Smiley Das Grauen Trägt ein Lächeln 2012 Easy Toe Ensemble 2012 Zu 2013 Revenge 2013 It's Always Sunny in Philadelphia 2013 Last Vegas 2013 How I Met Your Mind 2014 How Tobel A Better Boy 2015 Trumbo Werke als Musical Darsteller 1987 Begriff war 1989 Up Against It 1991 Heinrich IV Teil Lee 1991 Heinrich IV Teil 2 1997 King David 1997 zu 1998 Triumph of Love 1999 Jura Gutmann Charlie Brown 2001 zu 2007 The Producers 2004 The Frogs 2007 zu 2009 Young Frankenstein Time worthy to be Highest New York to 9 To 9 0 2 2 2 3